Servus Leute und hallo zu einem kurzen Video. Wir sind euch ja noch schuldig die Auslosung von unserem Nummer 10 Türchen POD Adventskalenders. Das Ganze war ja eigentlich für den 27. geplant, aber ja wisst ihr, an Weihnachten, da ist man ein bisschen langsam unterwegs und jetzt halt einen Tag verspätet. Aber ganz einfach, wir werden jetzt hier das auslosen. Wir verlosen heute ein Researchbase T-Shirt und ein 6-monatiges Abo von Researchbase. Das Ganze ist entstanden, weil ich halt 100 Likes geknackt habe bei dem Video. Ja, dann starten wir einfach einmal durch. Ich habe hier schon den Link von dem Video reingegeben. Jetzt müssen wir noch ein paar Sachen einstellen und dann haben wir da Hashtag 10. Dann schauen wir mal, Comments haben wir 97, die diesen Hashtag drinnen haben und dann schauen wir mal, wer unser heiß begehrtes T-Shirt bekommt. Also, zack, Start und der Gewinner oder die Gewinnerin ist Helen Schosnick. Herzliche Gratulation. Bitte schreib uns bei Facebook an. Ja, mach einen Screenshot von deinem YouTube-Dashboard, damit wir auch wissen, dass du das wirklich bist. Und dann brauchen wir deine Adresse und deine Größe des T-Shirts. Dann werden wir das dir natürlich sofort zukommen lassen. Ja, dann haben wir jetzt noch einen anderen Gewinner oder eine andere Gewinnerin für ein 6-monatiges Abo von Researchbase. Also, schauen wir mal. Zack, wer bekommt 6 Monate Researchbase? Der Peter Ennis. Sehr kreativer Name. Genau dasselbe bei dir. Schreib uns auf Facebook oder Instagram an. Schick uns einen Screenshot von deinem Dashboard auf YouTube, damit wir wissen, dass du das bist. Und bei dir brauchen wir natürlich auch deine E-Mail-Adresse, mit der du dich bei Researchbase angemeldet hast. Dann würden wir dir das freischalten. Falls du schon ein Abo hast, dann werden wir das einfach hinten dranhängen, die 6 Monate. Also, du bekommst das auf jeden Fall. Ja, Leute, das war es eigentlich schon wieder. Ein sehr kurzes Video und wir sehen uns bei unserem nächsten Video. Aber das werden wir erst dann im neuen Jahr machen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und Servus. Ich wünsche euch einen Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank.